Delta Door, Rademacher, Homepilots, drei smarte Marken, eine starke Gruppe. In dem heutigen Video sprechen wir über die drei Marken, über die Unterschiede, über Kompatibilitäten und über die neuen Möglichkeiten, die sich für euch als Kunden daraus ergeben. Und so viel vorweg, es wird nichts weggenommen, im Gegenteil, ihr bekommt einiges an Möglichkeiten dazu. Die meisten von euch kennen das Unternehmen Rademacher. Rademacher besteht seit über 50 Jahren und produziert Produkte in Deutschland, wie unsere Rollo-Truhen-Gurtwickler, Rollo-Tube, Rohrmotoren und auch den Homepilot. Ja, Homepilot, so heißt bzw. hieß unsere Smart Home Zentrale für Rademacher. Der Name hat sich inzwischen geändert, da kommen wir gleich noch zu. Und die Produkte von Rademacher wurden im Fachhandel und online verkauft, also im Prinzip überall. Die Geräte von Rademacher haben wir bisher auf diesem Kanal vorgestellt. Ja, und deshalb findet ihr auf diesem Kanal sowohl ältere Rademacher-Videos als auch Videos der neuen Marke Homepilot. Im Jahr 2021 hat Deltador aus Frankreich selber seit über 50 Jahren sehr erfolgreich und ein Pionier auf dem Markt für vernetztes Wohnen die Firma Rademacher übernommen und die Kräfte gebündelt. Ja, wir sprechen also jetzt hier von zweimal 50 Jahren Erfahrung auf den Gebieten für Energiemanagement und Sonnenschutz. Ja, und dann war die Frage, mit welcher Marke richten wir uns an welchen Kunden? Entscheidung, die Marke Rademacher und Deltador richtet sich an Verbraucher, die ihre Geräte über den Fachhandel einbauen lassen. Ja, und daher sind diese Geräte auch inzwischen nur noch über den Fachhandel erhältlich. Ja, das Sortiment ist sehr umfangreich, was sich auch im Zubehör bemerkbar macht. Ja, gerade was Adapter und Mitnehmer für Rohmotoren oder auch die ganzen Lager angeht, sind wir bei diesen beiden Marken sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, weiter geht's mit der neuen Marke Homepilot. Die Marke Homepilot ist im Mai 2023 entstanden und richtet sich an die Verbraucher, die ihr zu Hause per Do-it-yourself mit Smart-Home-Lösung ausstatten möchten. Also an die Selbermacher. Die smarten, einfach zu installierenden Lösungen sind genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Ja, und was heißt ja zugeschnitten? Also wir bieten zunächst einmal alles an, was ihr für euer Smart-Home benötigt. Aber gerade was das Zubehören geht, haben wir das Sortiment hier bewusst verkleinert. Wir bieten also nicht jeden Adapter und jeden Mitnehmer an, es gibt noch nicht jedes Lager. Oder auch die Motoren, da haben wir nicht jeden Motor in jeder Motorstärke. Aber mit unserer Auswahl könnt ihr zunächst einmal 95% aller Anwendungen abdecken. Kommen wir jetzt zu den Gateways und Apps. Jede Marke hat sein eigenes Gateway mit der dazugehörigen App. Die Unterschiede, die werden wir euch jetzt erklären. Ja, und da fangen wir einmal bei dem Rademacher Gateway an. Das Rademacher Gateway hieß bisher Homepilot und die passende App dazu hieß Homepilot App. Das hat sich mit den Updates im Mai geändert. Jetzt heißt das Gateway für Rademacher Smart Homebox und die passende App dazu heißt Rademacher App. Ja, bei der Marke Homepilot gibt es das Gateway Premium mit der dazugehörigen Homepilot App. Ein wichtiger Hinweis, die Apps sind untereinander nicht kompatibel. Ihr könnt also nicht mit der Homepilot App eine Rademacher Smart Homebox steuern. Jetzt kommen wir zu Unterschieden. Also, bei den Endgeräten, wie zum Beispiel bei unseren RolloTron-Gurtwicklern, da gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Bei den Gateways aber schon. Bei der Rademacher Smart Homebox, da ist es so, dass wir mit der Logik der Endgeräte arbeiten. Wir können also die Geräte in Szenen und Auslösern auf das Ziel direkt stellen. Und damit wird die Information an die Geräte weitergeleitet. Das bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber ich muss als Kunde oder als Fachmann immer wissen, was macht denn mein Gerät mit welcher Automatik überhaupt. Und da ist es dann so, dass wir zum Beispiel bei der Sonne sagen, die Sonne scheint. Dann muss das Gerät wissen, ich fahre auf die Sonnenposition. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, fahre ich wieder hoch auf 0%. Das ist in der Logik der Geräte alles hinterlegt und die muss ich natürlich kennen. Ja, anders bei dem Gateway Premium der Marke Homepilot. Hier arbeiten wir mit einem ganz einfachen Wenn-Dann-Prinzip. Wenn hier in einer Routine Sonne festgelegt wird, sagt man ganz einfach, wenn die Sonne scheint, dann fahre zum Beispiel auf 50%. Scheint die Sonne nicht mehr, dafür legt ihr dann eine zweite Routine an, fahre auf 0%. Ja, und man kann sagen, smart, but simple. Ja, letztes Thema, Kompatibilität. Eigentlich müssen dazu zwei Fragen gestellt werden. Frage 1. Können Rademacher Geräte an unserem Gateway Premium der Marke Homepilot angemeldet werden? Ja, das ist möglich. Man kann ein Rademacher Gerät an dem Gateway Premium anmelden. Das Rademacher Gerät wird dann genauso wie ein Homepilot Gerät behandelt, wird also auch in den Routinen mit dem Wenn-Dann-Prinzip angesteuert. Okay. Zweite Frage. Können Homepilot Geräte an unsere Smart Homebox der Marke Rademacher angemeldet werden? Ja, auch das ist möglich. Wenn man ein Homepilot Gerät an einer Rademacher Smart Homebox anmeldet, wird auch dieses Gerät ganz einfach nach dem Wenn-Dann-Prinzip angesteuert. Also auch diese Möglichkeit besteht. Man hat also wirklich alle Optionen. Ein Hinweis noch, Zubehörteile der Marke Rademacher und der Marke Homepilot sind in der Regel untereinander kompatibel. Das heißt, ihr könnt Adapter und Mitnehmer aus der Marke Rademacher mit einem Rollladenmotor aus der Marke Homepilot kombinieren. Das passt. Ja, also wie anfangs angesprochen, dieser Zusammenschluss mit den drei Marken bietet viele, viele neue Möglichkeiten. Und schon mal der Ausblick, durch den Zusammenschluss mit DELTA DOA werden in Zukunft noch viele weite Möglichkeiten folgen. Ja, das war es für heute von uns. Und damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst, bitte hier auf den Abonnieren-Button klicken. Wir sagen für heute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!